Mein Kindergarten Mein Kindergarten schläft. Anna, Zeit aufzustehen. Anna hat rosa Einhornschuhe. Anna hat rosa Einhornschuhe. Oh, bist du struppelig. Ich mach dir einen Pferdeschwanz. So ist's besser. Alex, Zeit aufzustehen. Alex hat grüne Hausschuhe. Katja, Zeit aufzustehen. Katja hat Hasenschuhe. Komm, ich mach dir die Haare. Steht dir. Dennis, Zeit aufzustehen. Dennis hat Entenschuhe. Ich mache Annas Bett. Ich mache das Bett von Alex. Und Katja macht sich ihr Bett selbst. Dennis' Bett machen wir auch noch. Und jetzt Zähne putzen. Katja hat eine rosa Bürste und Zahnpasta mit Apfelgeschmack. Anna hat eine grüne Bürste, Zahnpasta mit Himbeergeschmack. Dennis hat eine blaue Bürste und Zahnpasta mit Bananengeschmack. Und die Zahnbürste von Alex ist in Beerenform und die Zahnpasta schmeckt nach Blaubeere. Katja putzt Zähne. Katja putzt Zähne. Katja putzt Zähne. Katja putzt Zähne. Katja pftzt Zähne. Dennis putzt Zähne. Mein Kindergarten ist aufgewacht.